Einer der süßesten Momente in meinem Leben war auf jeden Fall, als ich natürlich gewonnen habe. Das Finale, das war ein ganz toller Moment, aber auch als mein Bruder auf die Welt kam. Das war so die süßesten Momente, ja. Also ich rate mir jetzt auf jeden Fall, dass sie immer das Ziel vor Augen behalten sollten, auch wenn es irgendwie mal Niederschläge gibt oder man sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr und man sollte sich auch nicht zu sehr in den Konkurrenzkampf reinsteigern, sondern wirklich immer seinen Weg gehen.